Oh Gott, wo bin ich denn hier? Und ich bin nackt. Oh, das sind die Grundmauern vom Pudel. Oh, das ist aber kalt hier, hm? Es gibt keine Heizung. Keine Bar. Kein DJ-Pult. Kein Publikum. Man, jetzt hat man den Laden gut den Spekulanten entzogen. Und jetzt ist auch nach dem Queer in den Brand eine Ruine. Und nichts ist da. Das wird eine Menge Asche kosten. Und das wird sich nicht von alleine regeln. Deshalb ist es am besten, wenn ihr spendet für den Pudel, damit der Neuaufbau weitergehen kann. Und wir wieder tolle Abende erleben können. Also, bitte spendet für den Pudel. Vielen Dank. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020